hallo mein lieben mumis willkommen zu einer weiteren tagesquests von access creed origin so ich habe mit redner gesprochen wir sollen wieder den dieb identifizieren und töten und das machen wir natürlich auch natürlich und die sehen wir auch wieder mit am start hier lässt sich in stich unser mädchen ist immer gut mit dabei auf jeden fall sehr zuverlässig so ist da wieder in der höhle drin oder die kleinen penners jetzt erstmal weg gehen meine lieben mumis na sicher also heißt halt wieder für uns eine runde schwimmen ein bisschen auf jeden fall wir klatschen jetzt direkt schnell weg haben eine weitere tagesquests wieder abgeschlossen und sind wieder einen weiteren tag an access speed odyssey rangerückt ja sehr nice hat auf jeden fall gut geklappt mit dem adapter der eine andere hat gesehen dass ich eine folge turnier 3 hochgeladen habe einfach mein ding meine jugend mein lieben mumis einfach geil macht einfach nur spaß wird auf jeden fall bald nur so ein ordner kommen mit zocken mit den homies also livestreams dass wir zusammen spielen oder ich hier mit ein zu hause da habe ich nämlich obok drauf ihr könnt natürlich auch ein teil davon sein kriegen wir alle team so kommen wir klatschen jetzt erstmal weg hier genug gequasselt hier dass wir da bin ich als erstes jetzt nur noch ein krieg wollte ich gar nicht treffen dem wollte ich gar nicht treffen morgen komm du ja ich wollte schon wieder was sagen mein jünger war wie dumm die sind ja brenn wir mal alles klar so tod bestätigen haben wir die tagesquests wieder abgestoßen mein lieben mumis aber wir kloppen jetzt eben weg hier aber was bekommen wir denn jetzt mit weiteren bogen quacker seltener aufgebogen alles klar genau das ist auch ein bisschen dumm gemacht ne meine güte jetzt verbrennt er uns hier oder was komm ab im wasser ab im wasser man wenn nicht du brennst weiter im wasser oder auch mal machen meine mumis pass mal auf hier ach komm was mache ich denn hier ich bin total unkonzentriert jetzt geht ab hier ich habe irgendeine kacke als statt die hier fertig zu machen genau man vor gehst du mir auf den sack mit deinem rotz hier ein kleiner besser ach mal die mumis da wisst ihr wer werft das dinge durch hallo bei jek was ist los mit dir gibt immer einer was immer brennen hier schnell weg die man die menschen vergleich platt das ist so lächerlich ne die brennen meinen die mumis aber verbrennen tun sie nicht ach jetzt sehe ich das erstmal die haben auch richtig fett energie die säcke scheiß hast du mann und so das war's ach meine die mumis wir sind einfach so killer ne ich war jetzt gerade echt blamage diese runde ich war total unkonzentriert aber ist ja auch egal wir haben eine weitere tagesquests abgeschlossen sind einen weiteren tag an das hasse suite oder ich sie rangerückt und nachher kommt noch das zweite level von tony hawk vielleicht auch noch 7 kills ich muss mal gucken tony kommt auf jeden fall gönnt euch auf jeden fall kauft euch eine playstation 200 playstation 1 und dann holt euch alle teile die zeit muss wieder aufblühen gerade die 90 jahre die müssen zurückkommen weil sie einfach nur geil waren mein lieben homies ich wünsche euch natürlich noch eine schöne woche und dann sehen wir uns in den nächsten tagesquests auf wiedersehen okay